Und damit willkommen zurück zu 8bit Horts bei der Lichtspringer Kampagne im Live-Let's-Play. Ich habe die 1. Mission schon gespielt und dann erst gemerkt, bei der 2. mit dem Trönen, warum läuft die Aufnahme nicht? Habe geguckt, habe ich die aus Versehen beendet nach der 1. Mission? Nein, habe ich nicht. Oh Gott, ich habe aus Versehen auf Anfänger gemacht. Ich wollte gar nicht anfangen. Ah, aufgeben. Und zwar, überleben. Gepriesen seien sie, dass sie am Leben und wohlbehalten sind. Wir können auch dankbar sein, dass die totgeschworen nicht erkannt haben, wer sie wirklich sind, als sie sie heraufbeschworen haben. Vielleicht wissen sie es nicht einmal. Ich bin Bruder Armand von den Lichtspringer und wir brauchen ihre Hilfe, um die Nacht zu überleben. Wenn sie uns helfen, werde ich ihnen erzählen, was ich weiß. Und jetzt verstehe ich auch, warum es nicht aufgenommen wurde. Er hat den Command nicht erkannt, das Aufnahmeprogramm. Okay. Weil ich habe gerade gesehen, ich mache immer so eine Sicherheitskopie. Also eine Sicherheitskopie. Ich nehme über zwei Programme gleichzeitig auf. Einmal über OS und über Action 4. Und bei OBS lief die Aufnahme anscheinend. Aber nicht bei Action. Also von daher habe ich gerade gesehen. Na dann, ich weiß jetzt wie die Mission geht. Von der ist das hier kein Problem. Und jetzt kann ich mal eine Sache überlegen, die ich vorhin... Ne. Constructing. Weil das lustige ist... Es steht da hier... Sechs Farben, ein Kriegsrad. Null von sechs. Ich kann aber zum Beispiel zwei Kriegsräte bauen und dann steht der zwei von sechs. Testen. Verlässig. Komp Welt. Also... Das ist nicht ganz, ganz sicher, was da stehen soll. Ich komme zu da. Denn es wird getriggert. Je nachdem Opfer in der Nähe sind. Ich weiß jetzt wie das geht... Also von daher ist es ein bisschen doof, aber... Gute das Wort. Komp Welt. Verlässig. Wir werden jetzt das bauen, da wird auf einmal drei stehen. Was eigentlich nicht sein dürfte. Eigentlich müsst ihr sogar sieben stehen. Und, sag ich ja. So, ihr seid... Drei und eins. Von daher, auf geht's. Na, spawne erst, wenn ich in der Nähe bin. Ja, und die Ents haben die Sprüche aus der Ringe. Oh, bisschen Baumbart, ne? Was sehr lustig ist. Also, was... ... eine coole Anspielung ist, sagen wir es mal so. Nein, wir sind keine Orks. Das sind Orks. Teilweise. Und ich weiß nicht, was die Werfen... Sieht aus wie Äpfel. Sie werfen einfach Äpfel. Sie werfen einfach Äpfel. Und ja, die Mission ist, äh... Leichter als sie sein sollte eigentlich. Das ist jetzt auch noch... Okay, die Kiste habe ich vorher nicht gesehen. Was denn da drunnen? Oh. Wir schaffen das schon zu beschützen. ... Sehr schön. Dann werde ich die Farben noch bauen. Und dann habe ich die Mission schon wieder geschafft. Oh Gott. Hätte... Nichts sein sollen, ist aber passiert. Gut. Was soll's. Farm. Komplett. Mission. Komplett. Ja, Winners Yu. Kleine Änderung. Ich versprach Ihnen zu sagen, was ich weiß. Sie sind der ewige Commander im gesamten Multiversum zum Kämpfen und zum Siegen, verdammt. Und dazu verflucht, für eine Armee zu siegen, nur um dann die Seiten zu wechseln und sie zu vernichten. Und hier sind sie also. Wir brauchen ihre Hilfe, um unsere Verbündeten zu retten und sie zu vereinen. Erstmal die Zwerge. Sie werden angegriffen und brauchen unsere Hilfe. Ups. Alter. Na Katze, was ist los? Vollvolle, keine gegen meinen Trinken gekommen. Was ist los? Na? Was willst du? Also das erklärt an sich die Lore, warum wir immer die Seiten wechseln und warum wir auf der anderen Seite waren und warum wir dann gegen die Kämpfer, bei der wir gerade verbündet waren etc. Was ist los? Was ist los Katze? Moment. Ich weiß nicht, weil sie gerade neugierig will, weil sie daran riechen. Weil sie gerade auf dem PC sitzt und dann an sämtlichen Kartons, die sie da rum schnuppert. Konstrukt. Schnaupper, schnaupper. Auf die nächste Runde. Ich werde nicht geräuscht. So, wir wollen da runter. Ja, wir wollen auch ein paar mehr Zwerge haben. War-Kanzel. Wunder. Kanzler. Absolut. Konstrukt. Und hier haben wir ne Zeit, um die Zwerge zu retten. Was aber nicht besonders wild ist. Wunder. Kanzler. Sind nett die Grenadiere, allerdings auch das große Problem, Einheitentreffen ist nicht so ihre Stärke, weil die etwas braucht, bis es explodiert. Farn, complete. Constructing. I like Gord and Salad. On to the next row. I will not be rushed. Farn, complete. Warte, ich versuche an meinem Kabel rumzuknabbern von meinen Kopfhörern, also an meinen Handy Kopfhörern. Alter. Das geht aber gar nicht. Constructing. Ach so, doofe Katze. Farn, complete. Also wirklich doofe Katze. Mehrzwerge. Alle für mich. Äh, ich gebe mal ein paar auch da unten hin. Danke. War schön, dass du auf meiner Seite bist. An sich muss ich den nur so erobern und dann dahin gehen und fertig. Genau, der Turm hat mich jetzt dann getötet gehabt. Ärzte den. Paladin. Du bist keine Orks. Nein, keine Orks. Constructing. Dann auch mal da hin. Da ist eh ein Turm, den müssen wir eh zerstören. Passt schon. War-Kanzel, complete. Die Schnee, wenn ihr wohnt, helft. Oh, oh. Schon relativ schnell jetzt. Ich bin auf deiner Seite. Auf die nächste Runde. Ihr dürft gerne auch diesen Turm da zerstören. Komplett. Es ist kein Pikini, das ist ein Hellebadier. Ah. Es gibt einen Unterschied zwischen Pikin und Hellebaden. Einen ganz dezenten Unterschied. Es geht nicht. Sehr schön. Weg mit dem Turm da noch. Auf die nächste Runde. Schau mal da hoch. Wir können auch mehr davon weiter. Constructing. Du bist nicht Orks. Ich weiß nicht, was wir überhaupt bauen können. Ich weiß nicht, was wir überhaupt bauen können. An Einheiten. Ah. Wir sind nicht alle Tag. War-Kanzel, complete. Oh, okay. Der könnte etwas schmerzhaft werden. Ja. Auf deinem Seite. Sag dich ja. Sag dich ja. Ich weiß nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Der ist wahrscheinlich doch. Komm in meine Schade. Nervt mich, dass sie die ganze Zeit da... ... oben stecken bleibt. Du bist nicht Wurz. Okay. Ich glaube... Großer Wacken, okay. Steuerung A auf dem Bildschirm, okay. Warte mal, was? K? Oh, keine Ahnung. Die Zwerge... Die habe ich jetzt etwas gesehen. Ah, cool. Ah, wir haben die lose Zerstörter. Warte mal, ich habe zwei Missionen aufgenommen. Ja, überleben... Ja, gut. Er wusste jetzt wie es ging. Insgesamt eine Burg... ... und ein Pfeilturm freigeschaltet. Wir haben die Farm freigeschaltet... ... und wir haben den Pikini freigeschaltet. Gut gegen andere Infanterie, okay. Und hier haben wir freigeschaltet die Festung. Okay. Den Sapeur. Zwerg, der Bomben wirft, die einige Sekunden später explodieren. Nervig. Nehmt extra Lora am Anfang an. Zwei Pfeiltürme... ... und vier Sapeure. Sehr schön. Gut, dann war es das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst uns einen Like da. Bis dahin. See you. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.